Wir eröffnen die Sendung mit einer ganz aktuellen Nachricht, die uns gerade aus Paris erreicht. Die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame brennt. Nach ersten Informationen dürfte der Brand im Dachstuhl der Kathedrale ausgebrochen sein. Dort sollen Bauarbeiten stattgefunden haben. Weiteres zur Brandursache ist noch nicht bekannt. Auch über mögliche Verletzte liegen noch keine Informationen vor. Wir werden sie natürlich in unseren kommenden Nachrichtensendungen auf dem Laufenden halten. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.